Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Rendezvous im Schloss ist eine eingeführte Reihe, zu der viermal im Jahr Veranstaltungen stattfinden. Am Mittwoch, dem 2. September, führt Dr. Regina Erbentraut um 18 Uhr durch das Schloss und stellt Arbeiten der beiden Kranachs vor. Anlass ist der Geburtstag von Lukas Kranach dem Jüngeren, der sich 2015 zum 500. Mal jährt. Ein Tipp für die Einwohner von Klus. Da gibt es am Mittwoch, dem 2. September um 19 Uhr eine Einwohnerversammlung in der Gaststätte 5 Linden. Bürgermeister Arne Schult wird mit Amtsleitern der Stadtverwaltung Fragen der Einwohner beantworten und Hinweise und Anregungen entgegennehmen. Noch bis Freitag, dem 4. September, kann der Leseclub Ferienleselust MV in der Uwe Jonsson Bibliothek besucht werden. Dabei können Schüler der Klassen 4 bis 6 interessante und neue Bücher ausleihen. Eine Woche später findet für Clubmitglieder die große Abschlussveranstaltung statt, in der auch die Zertifikate ausgegeben werden. Erleben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de DIN